Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Denkt man an Materia, dann denkt man an lila Wolken. Der Riesenhit aus dem Jahr 2012, gemeinsam mit Jascha und Miss Platinum. Das ist für mich gar nichts, ich bin nicht der von lila Wolken. Doch, ist er ja irgendwie schon. Im Endeffekt hast du immer so ein Lied, das klingt auch ein bisschen bescheuert, aber du hast einfach den Himmel gekauft. Immer wenn die Leute in den Himmel gucken, in Deutschland abends und das wird lila, dann denkt man an dieses Lied. Und ich glaube, das ist das Geheimnis des Liedes. Das Geheimnis zum Erfolg. Ein Song, der einem in ganz alltäglichen Situationen direkt in den Sinn kommt. Erfolg ist für Materia aber nicht nur ein Hit in den Charts. Wir versuchen immer geile Mucke zu machen und nicht auf Teufel komm raus in die Charts zu kommen, sondern in erster Linie ein Gefühl aufzufangen. Ob ihm das auf seinem neuen Album Zurück in die Zukunft 2 gelungen ist, und davon kann sich bald jeder selbst überzeugen. Die Platte erscheint Ende Januar.